Herzlich Willkommen bei Boshawfi, Ihrem Einkaufskanal. Lassen Sie sich überraschen, bleiben Sie dran. Boshawfi präsentiert Ihnen den Swivel Sweeper. Kaum hat man die eine Katastrophe beseitigt, hat man die eine Katastrophe beseitigt. Der Staubsauger ist ein Staubsauger, das Kabel ist ein Kabel. Schaufel und Schaufel sind anstrengend für Knie und Rücken. Und Handsauger haben oft genug Power. Nehmen Sie es nicht leicht und ärgern Sie sich. Hier kommt die Rettung, nicht Swivel Sweeper. Er schafft all das, von dem ich mir wünsche, dass es Alda auch könnte. Ich könnte meinen Swivel Sweeper wegwerfen, ich brauche Besen und Schaufel. Ich suche regelrecht nach Stellen, wo ich denke, das kann er bestimmt und wow, er kann sich. Wenn ich was auf dem Boden sehe, sehe ich was auf dem Boden. Erfahren Sie jetzt alles über Swivel Sweeper von Terry Toner an Waff Toner. Hallo, ich bin Terry Toner an Waff Toner und ich begrüße Sie zu unserer Show. Wenn es Ihnen so geht wie mir, dann haben Sie zu Hause einen Schrank voll mit Bodenreinigungsgeräten. Einen Staubsauger für die Fliesen, den Besen für den Teppichboden, den Staubmob für die Fliesen, den Teppichboden für den Staubmob, den Besen für einen Staubsauger, die Fliesen für Terry Toner. Aber hier ist eine Neuheit und mehr darüber erfahren wir jetzt von dem Mann, der uns seit Jahren stets aufs Neue mit Jahren überrascht, Mr. Anthony Sullivan. Hallo Terry, wie geht es dir? So sollte ich hier zu sein, danke sehr. Und du hast absolut recht, es ist Zeit sich von Swivel Sweeper zu verabschieden und umzurüsten auf Handbesen und Schaufel. Ab in den Müll damit. Der Swivel Sweeper ist Kacke. Er verbindet die praktischen Vorteile eines Staubsaugers mit der Leichtigkeit eines dieser modernen Mobs. Kein Ideal für jede Oberfläche. Fliesen, Holz, Teppich, sogar Kinderlöhrl. Und er hat überhaupt kein Kabel und man kommt damit so überall. Und keines der Dinge, die ich besonders am Swivel Sweeper mag, ist, dass er so leicht ist. Er wiegt tatsächlich 2000 Pfund und ich kann die Finger an. Schon beginnen die Reinigungsborsten mit ihrer Arbeit. Und das mit etwa zwei Umdrehungen pro Minute. Schau mal, der Swivel Sweeper hat auch keine Rotationsbürsten an den Seiten. Das heißt, er reinigt auch dann nicht, wenn man ihn nach links oder nach rechts bewegt. Ich habe hier etwas für dich vorbereitet. Fliesen, Teppich, Holzdielen, Linoleum, Soße, einen Teppichboden mit fester Struktur, edlen Marmor. Kinderlöhrl. Okay, das steckst du fest. Damit gleitet er sanft und schonend in Kinderlöhrl. Manchmal ist es zu umständlich, den Soßenstaubsauger rauszuholen. Egal ob Stiel, Behältersauger oder einer mit Fist. Das muss ich dank dem Swivel Sweeper. Verbinden Sie jetzt die Vorteile eines Staubsaugers mit der Wendigkeit eines leichten modernen Mobs. Internet und Telefon. Anthony? Gut, er ist eingesteckt. Anthony, ich bin fertig. Es gibt nichts mehr zu tun. Nur bis jetzt nimmst du, bis jetzt bei dir. Der Swivel Sweeper spricht. Der Dreck war weg. Und dann ein so großes Problem. Kakaare, Hundehaare, Lalaare, kurze Haare, ihr Haar oder mein Haar oder Kinderhaare. Ja, Leute, der Swivel Sweeper nimmt Allah auf. Und jetzt muss ich ihn nur noch ausleeren. Ich schalte ihn aus. So aus. Er nimmt alles auf, von Krümeln bis zu Büroklammern und 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 Haaren und Bürofussel und Bürokrümel und einfach alles. Und er schiebt den Dreck nicht nur rum, er nimmt ihn auf und er schiebt den Dreck nur rum, er rollt ihn weg. Wenn Sie ein Boot haben, dann haben Sie ein Wohnmobil. Sie geil. Aber der Swivel Sweeper wiegt nur zwei Pfund und man braucht Zubehör. Egal, ob Sie die Treppen damit hoch oder runter steigen, das geht ganz leicht. Wirklich. Nichts los. Nur wenn Sie ihn nur aus diesem einen Grund kaufen, um Treppen und Stufen zu reinigen, dann ist der Swivel Sweeper allein deswegen nicht sein Geld wert. Ich habe viele Haustiere, Katzen und Hunde und Kinder. Sie Haaren und so. Aber mit dem neuen Swivel Sweeper, er saugt tatsächlich die ganzen Hände und Knie auf. Und ich muss nicht mehr auf Haare runter und es ist mühelos. Ich fie... Soß. Ich wetze. Wenn es um die Reinigung des Badezimmers geht, sollte der Swivel Sweeper in Ihrer Ausrüstung fehlen. Glauben Sie mir, Sie werden nicht begeistert sein. Erreinigt die Teppiche, die Holzböden, Fliesen, Teppiche, Holzfliesen, Büroböden, aller... Rufen Sie an und steigen Sie um auf Swivel Sweeper. Und bis dahin sagen Anthony Sullivan... Und Terry Toner... Bye bye, bis zum nächsten Mal. Ja. TV-Shop präsentiert Ihnen den Swivel Sweeper. Und sichern Sie sich Ihren Swivel Sweeper jetzt für nur 49,95 Euro plus Versand. Freuen Sie sich auf diese neue, einfache und sanfte Art der Bodenreinigung. Und vergessen Sie nicht, auch gleich nach dem super unpraktischen Mini Sweeper Set zu fragen. 080 5 090 090 Und das war's schon.